Ich würde sagen, ich habe sehr brave Lehrburschen. Wir haben auch immer wieder tolle Erfolge mit ihnen, waren schon bei Landeswettbewerben dabei und ich kann mich nicht beklagen. Also die Burschen, die bei mir in Ausbildung sind, sind sehr brave Burschen. Man muss selbst auch den Nachwuchs schaffen, dass man den eigenen Betrieb weiterführen kann. Wir haben sehr, sehr viele eigen ausgebildete Leute bei mir im Betrieb arbeiten und sind da stolz drauf.